Glaubensbuch und Gewissenserforschung für geistliche Ritter, Hörbuch, Teil 13, Copyright 2017 Guido Hangartner, Printausgabe, Herstellung und Verlag, BOD Books on Demand, Norderstedt, ISBN 978-37460-1618-4 Der Mensch und die Natur Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und erhalte. Genesis 2 15 Das Wort Schöpfung ist selten so populär und viel gebraucht wie in unseren Tagen, es findet besonderen Ausdruck in den Wendungen, Verantwortung für die Schöpfung, Schöpfungserhaltung, Bewahrung der Schöpfung oder Schöpfungszerstörung, dieser gebrauchtes Wortes Schöpfung lässt jedoch nicht gleichzeitig auf eine innere Annäherung an den christlichen Schöpfungsglauben schließen, da der heutige Gebrauch oft eines gläubigen Hintergrundes entbehrt, der viel gebrauchte Sinn des dem Wortes Schöpfung inneliegenden Schaffen wird somit wesentlich auf den Menschen und sein Schaffen in der Welt, sein Verändern des Gegebenen sowie auf sein Neukombinieren gegebener Grundstoffe bezogen. Das Priesterschriftliche Schaffen, Baragleichschaffen, bezeichnet jedoch ausschließlich göttliches Schaffen, Gott und seine Schöpfung, denn das Unschaubare an Gott ist seit der Erschaffung der Welt an den geschaffenen Dingen mit der Vernunft zu schauen, seine ewige Macht und sein Gottsein, so dass die Menschen unentschuldbar sind. Römer 1 20 Irdisches verdankt seine Existenz nicht sich selbst, die gesamte Natur findet sich als je schon ins Dasein gestellt vor, christlicher Glaube deutet dieses sich ins Dasein gestellt finden als geschaffen sein durch Gott, als Kreatürlichkeit, Schöpfungsglaube wird als Schöpferglaube verstanden und erklärt. Der christliche Schöpferglaube richtet sich somit primär auf den Schöpfer, auf Gott als den Ursprung aller Dinge, als den Schöpfer der sichtbaren und unsichtbaren, der körperlichen und geistigen Wesen. Vom Schöpfer aus richtet sich der Blick auf die Geschöpfe in der Absicht, dass des Schöpfers unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen werden und seine ewige Macht und Gottheit erkannt werden können. Diese Betrachtungsweise aus dem Glauben lässt die Bemühungen um die Bewahrung der Schöpfung nicht nur eine Nützlichkeitserwägung sein, sondern vielmehr ein Bewusstwerden der Schönheit der Schöpfung, ihrer Erhabenheit und ihres göttlichen Glanzes, die Schöpfung als Offenbarung Gottes. Die Offenbarung Gottes wird allgemein in die sichtbare und erfahrbare Geschichte hinein verlegt, in das geschichtliche Handeln Gottes an seinem Volk. Die Kirche sieht den Schöpfungsvorgang trotzdem als Offenbarung Gottes, die Schöpfung ist das erste Buch der Offenbarung Gottes, da sich Gott, nicht um Vollkommenheit zu erwerben, sondern um seine Vollkommenheit durch die Güter, die er den Geschöpfen gewährt zu offenbaren, beide Schöpfungen geschaffen hat, die geistige und die körperliche. Im biblischen Schöpfungsbericht heißt es beim ersten Schöpfungswerk, es werde Licht. Vergleiche, Genesis 1 3. In diesem Licht lässt Gott nicht nur die Welt erstehen, sondern offenbart sich sichtbar selbst, gibt sich zu erkennen in einer Art ursprünglicher Epiphanie. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Lichter, bei dem kein Wechsel ist oder ein Schatten von Veränderung. Jakobus 1 17. Den Höhepunkt der Offenbarung erreicht diese Epiphanie in einem lebendigen personalen Wesen, in Jesus Christus, die göttliche Schöpfungstat ist die erste Quelle der Offenbarung Gottes und als solche nicht zu unterschätzen, es lässt sich somit von Ur-Offenbarung sprechen, in der sogenannten Ur-Offenbarung liegt durch die Schöpfung, mittels der Ratio, eine Hinführung zur göttlichen Offenbarung bereits vor, außer der Erkenntnis der menschlichen Vernunft, die aufgrund ihrer Natur den Schöpfer zu erreichen vermerk, gibt es eine Erkenntnis, die dem Glauben eigentümlich ist, diese Erkenntnis ist Ausdruck einer Wahrheit, die sich auf die Tatsache des sich offenbarenden Gottes selbst gründet und Wahrheitsgewissheit ist, weil Gott weder täuscht noch täuschen will, der Vernunft, die jedes Geheimnis zu verstehen sucht, kommen auch die in der Offenbarung vorhandenen Zeichen zur Hilfe, sie dienen dazu, die Wahrheitssuche gründlicher vorzunehmen und dem Verstand selbstständige Erkundungen, auch innerhalb des Geheimnisses, zu ermöglichen, diese Zeichen geben zwar einerseits der Vernunft größeres Gewicht, weil sie ihr erlauben mit den ihr eigenen Mitteln das Geheimnis von innen her zu ergründen, andererseits sind die Zeichen für die Vernunft ansporn über ihre zeichenhafte Wirklichkeit hinaus zu gehen, um deren jenseitige Bedeutung, die sie tragen, zu erfassen, in ihnen ist also eine verborgene Wahrheit bereits gegenwärtig, auf die der Verstand verwiesen wird und von der er nicht absehen kann, ohne das ihm angebotene Zeichen selbst zu zerstören, durch vernünftiges Nachdenken über die Natur kann man somit wieder auf den Schöpfer zurückkommen, denn aus der Größe und Schönheit der Geschöpfe wird vergleichsweise ihr Urheber erschaut Weisheit 13 5 Es wird dadurch eine erste Stufe der göttlichen Offenbarung anerkannt, die aus dem wunderbaren Buch der Natur besteht, liest der Mensch dieses Buch mit in seiner Vernunft eigenen Mitteln, kann er zur Erkenntnis des Schöpfers gelangen, wenn der Mensch mit seinem Verstand Gott, den Schöpfer von allem, nicht zu erkennen vermag, dann liegt das nicht so sehr am Fehlen eines geeigneten Mittels als vielmehr an dem Hindernis, welches ihm von seinem freien Willen und seiner Sünde in den Weg gelegt wurde, Grundzüge der Schöpfungsoffenbarung Gottes Denn aus der Größe und Schönheit der Geschöpfe wird vergleichsweise ihr Urheber erschaut Weisheit 13 5 Denn das Unchaubare an ihm ist seit Erschaffung der Welt an den geschaffenen Dingen mit der Vernunft zu schauen, seine ewige Macht und sein Gottsein, so dass sie unentschuldbar sind Römer 1 20 Das christliche Denken stützt sich wesentlich auf die unvergessliche Größe des Schöpfers und seiner Allmacht, war diese doch der erste Ausdruck für die Erahnung der Göttlichkeit Ich bitte dich, mein Kind, schau zum Himmel und zur Erde und sie alles, was es da gibt, bedenke, dass Gott diese Dinge aus dem Nichts, Nichtseienden, erschaffen hat, auch das Menschengeschlecht entsteht auf diese Weise 2 Makabäer 7 28 Zum Vater vieler Völker habe ich dich gesetzt Genesis 17 5 Vor Gott, an den er glaubte als an den, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ins Dasein ruft Römer 4 17 Im biblischen Sinne meint Creatio ex nihilo geschaffen aus Nichtseiendes, zum göttlichen Schöpfungswerk gehört nicht nur, dass Gott die Erde und ihre Bewohner am Anfang der Zeit geschaffen hat, sondern auch, dass er damit einen Anfang der Zeiten geschaffen hat, der andauert, Creatio continua Die Schöpfung ist deshalb Offenbarung der Allmacht Gottes, weil diese sie aus dem Nichts geschaffen hat, zugleich ist sie der Beginn der Heilsökonomie, der Anfang der Heilsgeschichte, die in Christus gipfelt, Gott distanziert sich mit der Erschaffung der Dinge nicht von diesen, sondern nähert sich ihnen an, indem er seine unvergleichliche Macht und Größe gegenüber dem Geschöpfe dieses einsetzt Gott nannte das Licht Tag, die Finsternis aber Nacht, es ward Abend, und es ward Morgen, ein Tag, Gott nannte das feste Gewölbe Himmel, es ward Abend, und es ward Morgen, zweiter Tag, Gott nannte das trockene Erde, und das zusammengeflossene Wasser nannte er Meer, und Gott sah, dass es gut war Genesis 1 5 8 und 10 So bildete Gott, der Herr, aus der Erde allerlei Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde, und ganz wie der Mensch jedes Lebewesen benannte, so lautet sein Name Genesis 2 19 Gott gibt den primären Dingen der Schöpfung ihren Namen, dem Lebensraum, die sekundären Dinge, was den Lebensraum erfüllt, lässt Gott durch sein Abbild, den Menschen, benennen, alles Geschaffene enthält Spuren von Gott, ist somit auch bei größerer Unähnlichkeit Gott ähnlich, Gott ist nicht selbst die Natur, sondern ihr Gebieter, setzt die Physik in der Urknalltheorie voraus, dass Energie oder ein irgendwie geartetes Etwas vorhanden war, so setzt dies der Glaube an den Schöpfer und die Schöpfung aus dem Nichts gerade nicht voraus, daher ist der Mensch, der an diesen Schöpfer glaubt auch innerhalb der Schöpfung geborgen da die Reise durch das Geschaffensein nicht im Ungewissen endet, sondern bei Schöpfer selbst, vorausgesetzt man hegt ein kindliches Vertrauen zum Schöpfer, dies weiß der Mensch nur aus der Offenbarung des Schöpfers, ohne sie wäre das Ziel der Schöpfung dem menschlichen Wissen verborgen. Wahrlich, ich, Jesus, sage euch, wenn ihr euch nicht bekehrt und nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Matthäus 18 3 Um meinetwillen, ja meinetwillen handle ich, denn wie dürfte mein Name entweiht werden, und meine Ehre gebe ich keinem anderen Preis. Höre, Jakob, auf mich, und Israel, mein Berufener, ich bin es, ich bin der Erste, ich bin auch der Letzte, Isaiah 48 11-12 Die Offenbarung zeigt, dass der Beweggrund Gottes zum Erschaffen nicht in etwas Äußerem liegt, sondern in Gott selbst, in seiner eigenen Güte mit der er sich in Freiheit zur Schöpfung bestimmt und sich in seiner Liebe frei an das Geschaffene hingeben will. Das Motiv der Schöpfung durch Gott ist nicht egoistisch, sondern Liebe. Er lässt das Geschöpf an seiner Herrlichkeit teilhaben und braucht das Geschöpf nicht um herrlicher zu sein, Gott ist der Ursprung und das Ziel der Schöpfung, somit auch das Ziel des Menschen. Die Schöpfung, speziell die Menschwerdung Gottes, ist nicht eine Notwendigkeit, in der Gott zu sich selbst kommt, sondern eine Möglichkeit, in dem das Geschöpf Mensch zu Gott kommen kann. Die letztlich immer bedürftige Liebe des Menschen findet allein in der stets um der Liebe willen handelnden Liebe Gottes Erfüllung. Die Liebe Gottes ist wiederum, aufgrund ihrer Vollkommenheit, so frei, dass sie sich nicht vom Menschen abhängig macht, sich diesem jedoch mitteilen kann. Diese Liebe Gottes gilt jedoch nicht nur dem Menschen, sondern allem Geschaffenen. Der Mensch ist jedoch in der Lage diese Liebe bewusst zu erkennen und in seiner eigenen Weise über jede Artengrenze hinaus spürbar werden zu lassen, eben Bild Gottes zu sein. Mehr noch, in allen verschiedenen Formen der Liebe sucht der Mensch die Erfüllung seines Glücks, das worin er ein Gutes, ein Gut, einen Wert für sich erblickt. Die Liebe bildet den Grundtrieb der menschlichen Natur, dieses eben Bild sein wird von Gott nicht nur gewünscht und deklariert. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Abbild, uns ähnlich. Genesis 1 26a Sondern in voller Deutlichkeit erst in seiner Herabkunft im Sohne Gottes in die Welt offenbart. Ist also einer in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. 2 Korinther 5 17 Denn weder Beschneidung gilt etwas noch unbeschnitten sein, sondern eine neue Schöpfung. Galater 6 15 Diese Geschöpfwerdung Gottes ist denn somit auch nicht eine eindrucksvolle Bestätigung des gegebenen Schöpfungszustandes, sondern vielmehr eine Neuschöpfung der Schöpfung, ein Akt der absolut freien, liebenden Hilfe Gottes der Gnade. Die Erschöpfung wird zum Vorbild der Erlösung, der Schöpfer selbst zum Urbild des Erlösers, da die Gabe der Schöpfung bereits ein Vorentwurf der viel höher stehenden Gnade ist. Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahmen von seinen Früchten und aß, sie gab auch ihren Mann, der bei ihr war, und auch er aß, da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren, sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Es stellt sich noch die Frage, warum eine Neuschöpfung der Schöpfung nötig geworden ist. Dieser Grund liegt im Versagen, nicht jedoch im Versagen des Schöpfers, sondern des Geschöpfes Mensch, das seine Ebenbildlichkeit durch den Missbrauch seines freien Willens ausnutzte und somit die Schöpfung korrumpierte. Gott stellte durch seine Neuschöpfung der Schöpfung nicht einfach den alten Zustand weder her dann wäre es eine Wiederherstellung der Schöpfung, sondern gab dem Menschen die Möglichkeit seinen freien Willen für das Gute zu nutzen und Mitarbeiter Gottes in der Schöpfung wie in der Erlösung zu sein durch Jesus Christus. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. 1 Korinther 3 9 Es soll nicht das Paradies auf Erden errichtet werden, da die Schöpfung nicht auf sich hin, sondern auf Gott gerichtet ist. Der Mensch soll jedoch in der Kraft der Erlösung die Not der Welt aufarbeiten. Nach der Auferstehung sagte Jesus zu den Jüngern, geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Markus 16 15 Jede Not zu beseitigen wird dem Menschen nicht gelingen, gerade im Hinblick darauf, dass die Schöpfung nicht auf sich selbst hingerichtet ist, sondern auf Gott. Warum Gott dem Menschen nicht bei der ersten Schöpfung eine unverwundbare, unverletzliche Freiheit in einer befestigten Gnade geschenkt hat wird dem Menschen erst bei der Schau Gottes gezeigt werden. Entwicklung in der Schöpfung Die Schöpfung ist nicht ein abgeschlossener Vorgang, sondern ein Geschehen, das anhält und erst am erhofften Ende ans Ziel kommt, zu Gott, der das Ziel ist. Gott will so viel wie möglich durch Kreaturen vollziehen. Die Schöpfung ist also alleine aufgrund der Tatsache, dass sich Kreaturen selbst schaffen, vermehren, können, immer noch im Gang. Es kann nicht heißen, Schöpfung oder Evolution, sondern es muss heißen, Schöpfung und Entwicklung. Ein Organismus kann sich selbst reproduzieren, er kann das Projekt, welches er selber ist erneuern und weitergeben. Es gibt durch die Fortpflanzung nicht das Werden in ständiger Veränderung, sondern es gibt das Beständige. Jeder Organismus ist so beschaffen, dass er streng sein Muster, das Projekt, das er ist, mittels seiner Gene innerhalb des Genoms wieder genau weitergibt. Das menschliche Genom hat offenbar nur ca. 30.000 Gene, statt wie lange angenommen 90.000. Von Mensch zu Mensch sollen lediglich ca. 1.000 Gene innerhalb des Genoms variieren. Die Natur ist offenbar darauf ausgerichtet zu bewahren. Sie ist offenbar derart auf das Bewahren fixiert, dass sie selbst einen Fehler, den ein Genesis zufällig aufweist, bewahrt und weitergibt. Die Kreaturen sind jedoch nicht einfach Wesen des Zufalls und des Irrtums, sondern sie verweisen auf schöpferische Vernunft. Sie zeigen den Schöpfergeist, was natürlich geworden ist, ist Projekt Gottes. Dieses Gesamtprojekt der Natur zu ersinnen ist nur durch die Stärke und Größe des Schöpfergeistes möglich, der Mensch ist heute in der Lage durch Genmanipulation diese Natürlichkeit künstlich zu durchbrechen. Das Projekt Gottes zieht sich über lange Zeiten hin, die Projekte der Menschen sind nicht so weitsichtig. Überall wo der Mensch das von Gott geschaffene Gleichgewicht stört, sterben Arten aus, wo der Mensch seinen Auftrag zu bewahren wahrnimmt, bleiben sie erhalten. Weder der Mensch noch das andere Kreatürliche ist Frucht eines Irrtums, sondern Gewollt, Frucht der Liebe Gottes, die Pflanzen, die Tiere und der Mensch sind Projekte Gottes, mit denen der Mensch umzugehen hat und Gott hat uns diesen Umgang durch seine Menschwerdung vorgelebt. Wenn von Projekt die Rede ist, darf dies nicht im Sinne Galilees platonisch verstanden werden, Gott treibt Geometrie. Dies würde bedeuten, dass Geometrie zu betreiben zugleich bedeuten würde, Gottes Spuren zu berühren. Erkenntnis Gottes würde in Erkenntnis der mathematischen Strukturen der Natur umgewandelt. Der Begriff der Natur im Sinne des Objekts der Naturwissenschaft würde somit den Schöpfungsbegriff ablösen. Somit tritt das ganze Erkennen unter die Schematik von Subjekt und Objekt, was nicht objektiv ist, ist subjektiv. Objektiv ist somit nur, was im Sinne der Naturwissenschaft Objekt geworden ist, was gegenständlich vorgeführt und überprüft, berechnet werden kann. Das Subjektive stellt somit das Beliebige, das Private dar, das außerhalb der Wissenschaftlichkeit steht und als das Beliebige ohne Erkenntnis wert ist. Gott selbst schrumpft somit auf die formalen mathematischen Strukturen zusammen. Gott müsste platonisch werden. Gott wird in diesem Sinne letztlich, insofern er überhaupt noch relevant ist, nur Causa, Ursache, erste Ursache, die rein natural wirksam geworden ist. Bloße Causa Prima drückt nicht den Schöpfungsgedanken aus, sie denkt Causa auf der Ebene des naturwissenschaftlichen Kausalitätsgedankens. Eine solche Causa ist kein Gott, sondern eben eine Causa, ein hypothetisch postulierter Aktionsträger und zwar in der Größenordnung des naturwissenschaftlich postulierbaren. Eine solche Causa Prima die sich, da sie nur rein natural wirksam geworden ist, nie dem Menschen gezeigt hat, die den Menschen gänzlich außerhalb ihres Wirkraumes alleine sich selbst überlässt und überlassen muss, ist eine wissenschaftliche Grenzhypothese, aber kein Gott mehr. Genauso wenig wäre Gott wirklich Gott, hätte er nichts mit der Rationalität der Schöpfung zu tun und gelte nur innerhalb der Frömmigkeit, dieser Gott wäre wirklichkeits- und bedeutungslos. Gott ist aber dadurch Gott, indem er nicht nur Schöpfer der Schöpfung ist, sondern auch einen Bund mit dem Geschöpf hat, dieser Bund zielt nicht mehr ausschließlich auf den Menschen, sondern auf die ganze Schöpfung wie die Ausführungen oben zeigten, Aspekte des Schöpfungsbegriffes, die Inhalte des Schöpfungsbegriffes sind nicht immer klar ersichtlich und in mancherlei Hinsicht misszudeuten, zum einen steht der naturwissenschaftliche Naturbegriff vor dem Schöpfungsbegriff, dieser Naturbegriff versteht Natur ausschließlich im Sinne des Objekts der Naturwissenschaft, jeder andere Sinn dieses Wortes kann daher als Unsinn gesehen werden, die auf dem Schöpfungsgedanken beruhende theologische Argumentation aus dem Naturrecht, aus der Natur des Menschen, ist belanglos und stößt dementsprechend auf Ablehnung, aus naturwissenschaftlicher Sicht lassen sich in den physikalischen und chemischen Strukturen des Menschen oder eines Baumes keine Aussagen im Sinne der traditionellen Moraltheologie oder der Ethik finden, das einzig ersichtliche sind die Grenzen des Machbaren, aus diesem Blickwinkel ist das Moralische mit dem Machbaren identisch, zum anderen wird der Mensch als die Krankheit der Natur verstanden, das Wesen Mensch tritt aus der exakten Objektivität und der Selbstverständlichkeit der Natur heraus und ist somit die eigentliche Störung des Gleichgewichtes der Natur, wenn der Mensch und die Welt vom Menschsein desselben, dem Geist und der Freiheit, befreit würde, wäre der Mensch geheilt und die Welt erlöst, zum weiteren wird die Natur um der Gnade willen verunglimpft, die Natur wird vor der Gnade zurückgenommen, was im Wesentlichen dem Neuen Testament widerspricht, denn, das Geistige aber kommt nicht zuerst, sondern das Sinnenhafte, dann das Geistige. 1 Korinther 15 46 Es gibt eine Abfolge der Schritte, die nicht in einen Gnadenmonismus hinein aufgesogen werden darf, es gilt immer den ersten Schritt vor dem zweiten zu tun, zuerst das Psychische, dann das Pneumatische, wenn diese Reihung nicht eingehalten wird, ist Schöpfung geleugnet und somit der Gnade ihr Grund entzogen, der Mensch in der Schöpfung, der Mensch wird wie oben aufgezeigt als Wesen verstanden, dass aufgrund seiner besonderen Beziehung zum Schöpfer, der Gott eben Bildlichkeit und das Erlöstsein in Christus, als von Gott erwählter eigener Repräsentant auf Erden, über das Kreatürliche hinausragt, die biblischen Schöpfungstexte zeigen in mehrfacher Weise die besondere Stellung des Menschen durch Gott und die gegenüber den anderen Geschöpfen auf, die Sonderstellung des Menschen lässt sich noch viel sicherer erheben aus dem in sich geschlossenen Gesamtvotum des Alten Testamentes, nach diesem gilt Gottes Gebot und sein Anspruch in besonderer Weise dem Menschen, nur ihn trifft die Gottesoffenbarung, nur er hat seine Entscheidungen zu verantworten und kann Sünder oder gerechter sein Wahrlich, das Los der Menschen und das Los des Viehs, ein und dasselbe Los haben sie, wie jenes stirbt, so sterben diese, denselben Odem haben sie alle, und einen Vorrang des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht, ja, alles ist Wahn Kohelet 3 19 Allen Tieren des Feldes spenden sie Trank, die wilden Esene löschen ihren Durst, Gras lässt durchprossen für das Vieh, Gewächse für die Feldarbeit des Menschen, um Brot aus der Erde hervorzubringen und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, das vom Öl das Antlitz erglänze und Brot das Menschen herzstärke, die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt, dort nisten die Vögel, der Storch, der auf Zypressen sein Nest hat, die hohen Berge gehören dem Steinbock, Felsen bieten den Klippdachsen zur Flucht, du bist es, der den Mond erschuf zum Zeitmaß, die Sonne kennt die Stunde ihres Untergangs, schickst du Finsternis, so wird es Nacht, in ihr schleicht alles Waldgetier umher, die Löwen brüllen nach Raub, sie verlangen von Gott ihre Nahrung, strahlt die Sonne auf, dann verkriechen sie sich, und lagern in ihren Höhlen, nun geht der Mensch an seine Arbeit und an sein Tagewerk bis gegen Abend, wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr, sie alle schufest du in Weisheit, die Erde ist erfüllt von deinem Eigentum, ewig wäre der Ruhm des Herrn, es freue sich der Herr an seinen Werken. Psalm 104 11 14 bis 24 und 31 Diese Sonderstellung ist eine erhebliche, jedoch noch kein Beleg für eine strenge Anthropozentrik wie Hiob 38 und 39 und andere Stellen, Vergleiche oben, klar zeigen, es wird in diesen Stellen klar gemacht, dass Gott und nicht der Mensch über allem steht, es wird die Denkweise kritisiert, die jeden Teil der Schöpfung dem ordneten Verstehen des Menschen und seiner Kontrolle unterwerfen will, Gott präsentiert eine Ordnung, die in seinen Augen eine Ordnung ist, dem Menschen aber als Unordnung erscheint. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten, für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufinnen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 1 Korinther 1 23 bis 24 Gott führt die Wildnis vor, die der Mensch beherrschen will, weil sie ihm unheimlich erscheint und die er doch aufsucht, um von seiner eigenen geschaffenen Einengung Erholung zu finden. Die gezeigten Bibelstellen beinhalten in gewisser Weise den Aufruf, je gottähnlicher der Mensch wird, umso eher ist er imstande der subthumanen Kreatur Raum zu lassen. Einige entscheidende Aspekte, welche die Sonderstellung des Menschen begründen, sind die Punkte Selbsterschließung des Schöpfers, gottippen Bildlichkeit des Menschen, göttlicher Herrschaftsauftrag an den Menschen, Benennung der Tiere und Gutheit der Schöpfung, diesen Punkten soll hier nach gegangen werden. Die Selbstentschließung des Schöpfers, alle Schöpfungswerke hat Gott im Schöpfungsbericht nach dem Einleitenden und Gott sprach in befehlender Form geschaffen, nur bei Menschen ist eine tiefere Schöpfungsbeziehung ersichtlich, Gott geht mit sich selbst zu Rate und verkündet sozusagen seinen Ratschluss mittels einer besonderen Willensäußerung, lasst uns Menschen machen, Genesis 1 26, sind die Schöpfungswerke zuvor befehlende Aussagen, so ist die Erschaffung des Menschen ein sich durch seine Äußerung erfüllender Wunsch von innen heraus, sozusagen aus innerlicher intensiver Beteiligung, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Abbild, uns ähnlich, sie sollen herrschen über des Meeres Fische, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über alle Landtiere und über alle Kriechtiere am Boden, Genesis 1 26, Gott eben Bildlichkeit des Menschen, es ist nicht explizit zu definieren, worin die eben Bildlichkeit besteht, da bereits die Schrift zwei Grundaussagen nennt, das Buch Genesis benennt den Menschen als nach dem Bild Gottes geschaffen und bringt dies in direkter Verbindung mit dem Herrschen, das Herrschen im Sinne von, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und erhalte Genesis 2 15 Das Buch der Weisheit beschreibt den Menschen in seiner Unvergänglichkeit als Bild des eigenen Wesens Gottes, denn Gott schuf den Menschen zur Unvergänglichkeit, und als Abbild seines eigenen Wesens machte er ihn Weisheit 2 23 Der Mensch steht in einem vierfachen Beziehungsgeflecht, die Relation des Menschen zu Gott, zu den Mitmenschen, zu der übrigen Schöpfung und zu sich selbst, alleine innerhalb dieses Beziehungsgeflechtes können verschiedene Antworten für die eben Bildlichkeit gegeben werden, der Mensch unterscheidet sich durch seinen aufrechten Gang, durch die leibliche Gestalt von den anderen Kreaturen und er kann über Tiere herrschen, indem er sich ihrer Fähigkeiten nicht nur in Einzelfällen bedient, der Mensch unterscheidet sich auch durch seine Seelenhaftigkeit, Geistigkeit, Personalität und Freiheit, all diese Antworten enthalten durchaus richtiges, können letztlich aber nicht als Begründung für die eben Bildlichkeit reichen, da sie die Relation des Menschen zu den übrigen Kreaturen beschreiben, die eben Bildlichkeit ergibt sich vielmehr aus der Relation zu Gott wie sie die beiden genannten Bibelstellen Genesis 1 26 und Weisheit 2 23 in ihrer Einheit beschreiben, der Mensch und keine andere Kreatur wird in den Garten von eben, was auch als Metapher für die Erde gesehen werden kann, gesetzt, um ihn zu bebauen und zu behüten. Vergleiche, Genesis 2 15 Der Mensch und keine andere Kreatur ist von Gott für dieses Bebauen und Behüten verantwortlich gemacht worden, er alleine ist als Beauftragter, vergleiche hierzu die Ausführungen zum Abgeordnet sein, ab Seite 504, als Gesandter Gottes auf Erden geschaffen, der Mensch führte mit Gott einen Dialog und ist die einzige Kreatur, die dazu fähig ist, mit Gott in direkten Kontakt zu treten, dies alles verleiht dem Menschen eine einzigartige Würde, die keine andere Kreatur besitzt, aber auch eine unweigerlich damit verbundene Bürde, die ebenfalls keine andere Kreatur besitzt, göttlicher Herrschaftsauftrag an den Menschen. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und macht sie untertan und herrscht über des Meeres Fische, die Vögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf Erden regt. Genesis 1 28 Der göttliche Herrschaftsauftrag, die Lehre vom Dominum Tere, beruht zweifelsohne auf dem Satz von Genesis 1 28, es ist ganz entscheidend, wann Gott dies sagt, es ist im Zustand der Sündlosigkeit vor dem Sündenfall, also innerhalb der völligen Harmonie zwischen Mensch und Gott, kein Satz, der mit jüdisch-christlicher Tradition und dem damit verbundenen Glauben in Verbindung gebracht wird, dürfte in den vergangenen Jahrzehnten mehr Gesprächsstoff geliefert haben, als dieser, dieser Satz wurde lange Zeit von vielen isoliert vom restlichen Schöpfungsbericht gesehen und in vielerlei Hinsicht auch als Legitimation des sich ausgebildet habenden technisch-wissenschaftlichen Weltverständnisses, dies darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass Umweltprobleme ein globales Problem sind und nicht nur ein jüdisch-christliches oder muslimisches, dass dieser Satz nur im Kontext des ganzen Schöpfungsberichtes, sowohl des Priester schriftlichen als auch des javistischen, gesehen werden darf, muss jedem ernsthaften Wissenschaftler klar sein, zumindest darf er nicht ohne den Befehl Gottes des Erhaltens von Genesis 2 15 gesehen werden, er ist also keinesfalls ein Freibrief für eine technische und zivilisatorische Ausbeutung der Welt, das Wort und unterwerft sie, Vkipschu, von Kabash, meint so viel wie den Fuß auf sie setzen, kann aber auch als niedertreten, zertreten, unterdrücken, unterjochen, überwältigen und unterwerfen missverstanden werden, wichtig scheint besonders die Bedeutung überwältigen zu sein, denn gerade dieser Sinn obliegt dem Inhalt des Textes nicht, da der Mensch die Tiere nicht tötete, Gott sprach weiter, seht, ich gebe euch alles Grünkraut, das auf der ganzen Erde Samen trägt, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten, dies diene euch als Nahrung, allen Getier des Feldes und allen Vögeln des Himmels und allen am Boden kriechenden Tieren, in denen Lebenshauch atmet, gebe ich hingegen alles Grünkraut zur Nahrung, und es geschah so, Genesis 1 29 bis 30, zudem besteht ein Wesen der Sünde in der Gewalttat, aber die Erde war verderbt vor den Augen Gottes, und sie füllte sich mit Gewalttat, Genesis 6 11, ziehen die Garditen und die Rubeniden mit euch in voller Kriegsausrüstung über den Jordan in den Kampf vor dem Herrn, und liegt das Land unterworfen vor euch, so gebt ihnen das Gebiet von Gilead zum Besitz, Nummer 32 29 Die ganze Gemeinde der Israeliten versammelte sich in Silo, da selbst richteten sie das Offenbarungszelt auf, das ganze Land war ihnen unterworfen, Joshua 18,1 Das Wort und unterwerft sie bedeutet vielmehr die Hand auf sie legen, sie in Besitz nehmen, nicht wie ein Tyrann, der gewalttätig seine Stärke demonstriert, sondern als wirklicher Herrscher, der seine Macht zum Wohl der Untertanen ausübt, dies zeigt sich auch bei der Erzählung um Noe, in der nicht Gott die Tiere direkt rettet, sondern Noe den Auftrag gibt diese mittels der Arche mit ihm und den Seinen zu retten Vergleiche, Genesis 6 bis 9, besonders Genesis 6 13 17 bis 19 21 und 7 2 bis 3 Als Abbild Gottes hat der Mensch, insbesondere seit der Menschwerdung Gottes, Gott auf Erden als seine Söhne, zumal der Mensch schon bei seiner Erschaffung von Gott als einzige Kreatur zu dessen Auftrag gesegnet wurde, Genesis 1 28a, zu repräsentieren, das heißt, die Liebe, die er selbst von Gott erfährt, der restlichen Schöpfung in seiner Fürsorge kundzutun, denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes, Römer 8 19 Benennung der Tiere Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen als sein Gegenstück, so bildete Gott, der Herr, aus der Erde allerlei Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde, und ganz wie der Mensch jedes Lebewesen benannte, so lautet sein Name, der Mensch gab allem Vieh, allen Vögeln des Himmels und allem Feldgetiernamen, aber für den Menschen fand sich keine Hilfe als sein Gegenstück, Genesis 2 19 bis 20 Gott selbst ist es, der den Menschen behutsam in seinen Fürsorgeauftrag einführt, indem er ihm die Tiere zuführt, dem Menschen Begegnung mit den Tieren ermöglicht, um sie zu benennen Benennen bedeutet jedoch nicht nur einen Namen geben, sondern charakterisieren, etwas in seinem Wesen kurz und prägnant zu beschreiben, was jedoch beschrieben ist, ist bekannt, einschätzbar, ja weitgehend berechenbar, was jedoch berechenbar ist, kann manipuliert, beherrscht werden, Wer den Namen eines Wesens kennt, hat in gewisser Weise Macht über dieses, dies bedeutet nichts anderes, als dass Gott absichtlich den Menschen in der Zuführung der Tiere und der damit verbundenen Begegnung diesen mit der Wesensbenennung der Lebewesen beauftragte, um ihnen für ihn selbst Sinn zu geben, doch auch hier lässt Gott den Menschen spüren, dass er die Tiere behandeln kann und soll wie sich selbst, er darf sie nicht vermenschlichen, denn, für den Menschen fand sich keine Hilfe als sein Gegenstück Genesis 2 20b Nach dieser Feststellung des Menschen lässt Gott den Menschen erkennen, dass nur der Mensch selbst ihm wirklich entspricht, was der Mensch mit den Worten bestätigt, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, Männen, Isch, soll sie heißen, denn vom Mann, Maisch, ist sie genommen Genesis 2 23 Gott schuf also den Menschen, Adam, als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann, männlich, und Frau, weiblich, schuf er sie Genesis 1 27 Wesentlich dabei ist, dass der Mensch auch den Menschen selbst benennt und somit die erste Namensgebung des Menschen durch Gott bestätigt, der Mensch anerkennt, dass die Wesensbestimmung, die Gott ihm gab zutrifft, dies bedeutet noch nicht, dass der Mensch dieser Bestimmung entsprechend lebte, wie der Sündenfall zeigt Vergleiche, Genesis 3 1 bis 24 Gutheit der Schöpfung, nach jedem in Genesis 1 beschriebenen Schöpfungsakt heißt es, und Gott sah, dass es gut war Vergleiche, Genesis 1 1 die Verse 10 12 18 21 und 25 Dann heißt es, Gott sah alles, was er gemacht hatte, und für war, es war sehr gut, es ward Abend, und es ward morgen, 6 der Tag Genesis 1 31 Hier wird dieses Gut zum Sehrgut gesteigert, dieses Sehrgut bezieht sich nicht nur auf alles Geschaffene oder den soeben geschaffenen Menschen, sondern vielmehr des Geschaffenen auf diese als letztes erschaffene Kreatur, den Menschen, hin, das ganze Gefüge wird nach der Erschaffung des Menschen als sehr gut bezeichnet, bevor der Mensch war, war alles gut, nachdem der Mensch da ist, ist alles sehr gut, dies bedeutet, dass durch das Dasein des Menschen in seinem paradiesischen Schöpfungszustand alles erst die Qualität sehr gut erhält, Sinn erhält, Sinn erhalten kann etwas erst, wenn es einen Bezugspunkt hat, eine Modelleisenbahn auf dem Dachboden, die einfach gebaut wurde, um da zu stehen, hat keinen Sinn, da sie keinen Bezugspunkt hat, erst wenn der Erbauer diese Modelleisenbahn in Betrieb nimmt oder jemand für den sie gebaut wurde, hat diese einen Bezugspunkt, den Erbauer oder den, für den sie erbaut wurde User, Nutzer, allenfalls auch beide, im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes 1 1 und 14 Die Schöpfung hat jedoch nicht einfach Gott zum Bezugspunkt, denn dieser braucht die Schöpfung nicht zu seinem Selbstzweck für sich, sie hat auch nicht nur den Menschen zum Bezugspunkt, denn dieser ist selbst Teil der Schöpfung, diese würde somit quasi unabhängig von Gott bestehen, erst die Ebenbildlichkeit Gottes setzt diesen Bezugspunkt zum Schöpfer, der in seinem Ebenbild, dem Menschen, in der Schöpfung gegenwärtig ist. Die Schöpfung scheint auf den paradiesischen Menschen hingeschaffen, der unbeflecktes Abbild des Schöpfers ist, der Sündenfall würde in diesem Falle die Sinngebung der Schöpfung mindestens in Frage stellen und die Schöpfung wenigstens ins Prädikat gut zurückstufen, dadurch, dass der Schöpfer in seinem Schöpfungswort Mensch geworden ist bekommt die Schöpfung nicht einfach die alte Qualität des Bezuges zurück, sondern einen viel intensiveren Bezug, in dem der Mensch nicht nur Abbild Gottes ist, vielmehr wird Gott selber Mensch, Gott selbst bestätigt und unterstreicht gleichsam das Prädikat sehr gut und gibt dadurch dem Menschen eine im Glauben an Gott selbst fundierte erneuerte Herrschaftsstellung, die auf der Frohen Botschaft basiert. Später erschien er den Elfen, als sie bei Tische waren, und tadelte ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen, die ihn als von den Toten auferweckten sahen, nicht geglaubt hatten, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium aller Kreatur, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden, als Zeichen aber werden denen, die glauben, diese zur Seite sein, in meinen Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden, kranken werden sie die Hände aufliegen, und diese werden gesund werden. Markus 16 14 bis 18 Die Beziehung zwischen Mensch, Tier und Baum Gott sprach weiter, seht, ich gebe euch alles Grünkraut, das auf der ganzen Erde Samen trägt, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten, dies diene euch als Nahrung, allen Getier des Feldes und allen Vögeln des Himmels und allen am Boden kriechenden Tieren, in denen Lebenshauch atmet, gebe ich hingegen alles Grünkraut zur Nahrung, und es geschah so? Genesis 1 29 bis 30 Im Schöpfungsbericht wird die Beziehung von Mensch und Tier als eine unblutige dargestellt, der Mensch darf im paradiesischen Zustand kein Tier töten und es essen und das Tier tötet ebenfalls nicht, Mensch und Tier sind die Pflanzen zur Nahrung gegeben, auch darin liegt eine Trennung, die Tiere sollen sich von Gras und Kräutern ernähren, die Menschen von Getreide und Baumfrüchten, im Zweifelsfall entscheidet der Mensch, der in paradiesischer Weise über die Tiere regiert, praktisch wirkt sich dieses Regieren in einem Aufsfeld führen, hier ist sowohl an das Aufsfeld führen zum Fressen, aber auch zum Arbeiten im Sinne einer Domestizierung gedacht, der Tiere durch den Menschen in sorgender Führung aus, dem Menschen wird von Gott zudem noch eine Einschränkung gegeben, er hat nicht uneingeschränkt Verfügungsgewalt über das ihm anvertraute, Gott, der Herr, gebot dem Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, nur vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn am Tage, da du davon isst, musst du sterben. Genesis 2 16 bis 17 Gott setzt dem Menschen klare Grenzen seines Handlungsbereiches und zeigt ihm auch die Konsequenz auf, den Tod, nicht der sofortige Tod ist die Drohung, sondern sofort nach der Übertretung der Grenzen des zulässigen Handlungsbereiches wird der Tod, dem der Mensch im Paradies durch die Frucht des Lebensbaumes entgeht, als unabwendbares Geschick über ihm stehen, das Sterben trifft jedoch nicht nur den Menschen, sondern aufgrund seiner Verantwortlichkeit auch die, für die er verantwortlich ist, Sterben bedeutet nicht nur den Übergang vom Leben in das Nicht-Leben, sondern ist vielmehr ein Prozess des Überganges von einem heilen Zustande in einen Verdorbenen. Aber die Erde war verderbt vor den Augen Gottes, und sie fühlte sich mit Gewalttart. Gott schaute sich die Erde an, und siehe, sie war verderbt, denn alle Menschen auf Erden gingen verderbliche Wege. Genesis 6 11 bis 12 Erst nach der Sintflut wird dem Menschen die Segenserneuerung zuteil und der Bund auf alle Lebewesen ausgedehnt. Wo landen, ich errichte meinen Bund mit euch und euren Nachkommen und mit allen lebenden Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und jeglichem Wild des Feldes, mit all denen, die die Arche verlassen haben. Wenn der Bogen in den Wolken steht, dann werde ich ihn ansehen, um des immerwährenden Bundes zu gedenken, der zwischen Gott und allen Lebewesen jeglicher Art auf Erden besteht. Gott sprach zu Noé, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und allen Lebewesen auf Erden stifte. Genesis 9 9 bis 10 und 16 bis 17 Alles Lebendige der Schöpfung wird jedoch rechtmäßig seine Nahrung, doch auch jetzt wird dem Menschen wiederum eine Grenze gesetzt, das Blut, Furcht vor euch und Schrecken sei bei allen Erdentieren, bei allen Himmelsvögeln, bei allem, was auf dem Erdboden kriecht, und bei allen Fischen des Meeres. In eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebendig ist, diene euch zur Nahrung. Wie das Grünkraut gebe ich euch alles, jedoch lebendiges Fleisch, mit seinem Blut noch verbunden, sollt ihr nicht essen. Genesis 9 2 bis 4 Das Töten von Tieren zu Ernährungszwecken wird somit erlaubt und später vom Fleisch gewordenen Wort bestätigt, sogar unter Miteinbeziehung des Blutes. Weil die Speise nicht in das Herz hineingeht, sondern in den Magen, und in den Abort hinaus geht, so erklärte er alle Speisen für rein. Markus 7 19 Und eine Stimme richtete sich an ihn, Steh auf, Petrus, schlachte und iss, Petrus aber erwiderte, Nie und nimmer, Herr, denn noch nie habe ich etwas Gemeines und Unreines gegessen, und ein zweites Mal sprach wieder die Stimme zu ihm, Was Gott rein gemacht hat, sollst du nicht unrein nennen. Apostelgeschichte 10 13 bis 15 Die weiterhin bestehende Sonderstellung des Menschen liegt aber nicht in der Fähigkeit des Tötens begründet, sondern auch jetzt in der Gliederung durch Gott, schlachtet der Mensch nun zurecht Tiere, so doch nicht das Tier selbst und schon gar nicht den Menschen. Wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau so stößt, dass sie sterben, dann soll das Rindgestein nicht werden, man darf sein Fleisch nicht essen, der Herr des Rindes aber ist straffrei, Wenn das Rind schon längere Zeit hindurch stößig war und sein Besitzer verwarmt wurde, es aber trotzdem nicht bewachte, so soll das Rind, falls es einen Mann oder eine Frau tötet, Gestein nicht werden, und auch der Besitzer sei des Todes, wird ihm aber ein Sühnegeld auferlegt, dann soll er als Loskaufsgeld für sein Leben so viel zahlen, als ihm auferlegt wird, stößt es einen Sohn oder eine Tochter, dann soll nach demselben Rechtsgrundsatz an ihm gehandelt werden, wenn das Rind aber einen Sklaven oder eine Sklaven stößt, dann hat der Besitzer an ihren Herrn 30 Silberstücke zu bezahlen, das Rind aber werde Gestein nicht. Exodus 21 28 bis 32 Und euer Blut, das heißt euer Leben, werde ich fordern, von jeglichem Tier will ich es fordern und vom Menschen, von jedermanns Bruder werde ich das Leben des Menschen fordern. Genesis 9 5 Doch auch jetzt hat der Mensch eine Grenze, den Menschen selbst, der Mensch wird von Gott nie als Kreatur ohne Grenzen gesehen, stets wird von ihm die Erfüllung mindestens eines Grundsatzes mit den dazugehörigen Segmenten erwartet, so auch heute. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Johannes 13 34 Das Verhältnis Gottes zu den Kreaturen scheint sich in der Bibel in erster Linie zwischen Gott und den Lebewesen aus Fleisch zu verdichten, der Umgang mit der pflanzlichen Wirklichkeit scheint sekundär oder gar trivial zu sein, Berichte über Pflanzen allgemein erwecken in den Schöpfungsberichten den Eindruck, als dienten sie nur als Nahrungsgrundlage, was den Menschen betrifft besonders die Bäume. Vergleiche, Genesis 2 16a Der Baum ist nicht zuletzt aufgrund dieses Geheißes nicht nur Nahrungslieferant, sondern weit mehr. Alleine die Nahrung ist die wichtigste Grundlage des Lebens. Der Baum stellt für den paradiesischen Menschen beim Javisten alleine aus diesen Gründen die wichtigere Rolle dar, als die Tiere. Werden die Tiere dem Menschen zugeführt, um eine Hilfe zu finden, die er unter ihnen aber nicht finden konnte, da sie ihm nicht entsprachen, so bildet der Baum Nahrungsgrundlage, Lebensgrundlage. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboten allerlei Bäume aufsprießen, lieblich zum Anschauen und gut zur Nahrung, den Lebensbaum, Baum des Lebens, aber mitten im Garten und auch den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Offenbarung 22 1 bis 5 Genesis 2 9 Somit verwundert es auch nicht, dass das Zentrum des Paradieses nicht der Mensch oder ein Tier ist, sondern zwei Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Freilich kann man einwenden, dass diese Bäume nur Metaphern sind. Das wird vielleicht auch zutreffen, doch für das Zentrale im menschlichen Leben, das Leben und die Erkenntnis, wird der Javist kaum das unbedeutendste Bild genommen haben. Daraus erschließt sich eine zentrale Stellung des Baumes, offenbar eine wichtigere Stellung als ein Tier oder ein steinerner Opferalter auf dem ein Tier den Sitz des Lebens, sein Blut, hätte vergießen müssen. Das Blutopfer kommt erst nach dem Paradies bei Abel auf. Genesis 4 3 bis 5 Exodus 20 24 bis 25 War der Altar der Tieropfer ein Gebilde aus Erde oder Stein, dem Stoff aus dem der Mensch gemacht ist, so stellt der Altar des Heils, das Kreuz Christi, den paradiesischen Bezug zum Baum des Lebens selber wieder her, in dem das Kreuz die Kraft Gottes ist, die volle Wertschätzung der Schöpfung seitens Gottes erfährt sie im Ruhen Gottes, Gott wendet sich nicht von ihr ab, sondern bestätigt mit dem Ruhen sozusagen das sehr gut, das Ruhen beinhaltet das Furcht bringen können, das Erleben der Gegenwart Gottes in der Freiheit der Kreatürlichkeit. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. 1 Korinther 1 18 An dieser Stelle könnte noch erwähnt werden, dass Christus selbst zu Baum und Holz eine enge Beziehung hatte, war er doch selber Handwerker. Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria? Markus 6 3a Daraus jedoch eine Theologie des Holzes ableiten zu wollen wäre vermutlich etwas weiter geholt, der Mensch und die Schöpfung. Denn das Unchaubare an Gott ist seit der Erschaffung der Welt an den geschaffenen Dingen mit der Vernunft zu schauen, seine ewige Macht und sein Gottsein, so dass die Menschen unentschuldbar sind. Römer 1 20 Wurde oben das Verhältnis der Schöpfung mehr aus dem Blickwinkel Gottes betrachtet, so findet hier nun der Blickwinkel des Menschen mehr Raum, besondere Stellung des Menschen. So schuf Gott den Menschen nach seinem Abbild, nach Gottes Bild schuf er ihm. Genesis 1 27a Durch die Erschaffung des Menschen nach Gottes Ebenbild, das letzte Schöpfungswerk, wird der Mensch als Krone und Herr der Schöpfung herausgehoben. Der Mensch, der von Gott mit ganz bestimmten Aufgaben bedacht ist, hat nicht nur die weiter oben geschilderten Möglichkeiten den Wert des Geschaffenen zu erkennen, sondern auch religiöse Möglichkeiten wie das eben Behandelte aufgezeigt hat. Die Grundquelle des Erkennens im religiösen Sinn bildet für den Christen die Heilige Schrift. Sie zeigt besonders im Schöpfungsbericht abgestufte Wertigkeiten auf, die der Mensch erkennen muss. Die Sonderstellung, die der Mensch innerhalb der Schöpfung bekleidet birgt Konsequenzen, die Güte des Geschaffenen. Dann segnete Gott nur und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren. Gott segnete die Menschen und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwarft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Genesis 1 22 und 28 Hiermit schließe ich meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Tieren des Feldes, mit allen Tieren der Erde, die mit euch aus der Arche gekommen sind, steht der Bogen in den Wolken, so werde ich auf ihn sehen und des ewigen Bundes gedenken zwischen Gott und allen lebenden Wesen, allen Wesen aus Fleisch auf der Erde. Und Gott sprach zu Noé, das ist das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und allen Wesen aus Fleisch auf der Erde geschlossen habe. Genesis 9 9 bis 10 und 16 bis 17 Die Gütigkeit liegt zunächst in der Qualifikation durch Gott selbst begründet. Und Gott sah, dass es gut war. Vergleiche, Genesis 1 die Verse 14 12 18 21 und 25 Beziehungsweise in der gesamthaften Bestätigung Gottes Es war sehr gut. Genesis 1 31 Gott werte das Geschaffen als sehr gut, selbst nachdem sich die Kreaturen nicht an seine Weisungen halten und Gott reinigend eingreift, billigt er die Schöpfung weiterhin und bezeichnet die Menschen mit seinem Segen wie bei der Erschaffung. Darüber hinaus bezieht er nun alle Kreaturen in seinen Bund mit ein. Stellvertretend für alle Kreaturen spricht Gott jedoch nur die Menschen an, sozusagen als deren Abgeordnete. Gott stimmt auch nach dem Sündenfall der Schöpfung zu, nicht nur bei seiner bereits vorbehaltlosen Zustimmung am siebten Schöpfungstag an dem er die Schöpfung vollendet vollendete. Ein bedeutendes Merkmal seiner Zustimmung ist die Bejahung der Vermehrung der Geschöpfe. Gott bejaht die Möglichkeit des Geschöpfes. Die Gütigkeit der von Gott geschaffenen Schöpfung lässt sich vom Menschen nicht überprüfen, da dieser nie denselben Gesamtüberblick über das Werk haben kann wie der Schöpfer selbst. Was der Mensch begutachten kann, sind nur Bruchstücke des ganzen Schöpfungsgefüges, somit bleibt sein Urteil stets Stückwerk, denn Stückwerk ist unser Erkennen und Stückwerk unser prophetisches Reden. Kommt aber die Vollendung, wird das Stückwerk abgetan werden. 1 Korinther 13 9-10 Die Natur, die Schöpfung, besitzt Gütigkeit und somit Wert. Diesen besitzt das Geschaffene auch deshalb, weil der Schöpfer sich die Schöpfung ausgedacht hat und sie willentlich schuf. Bei diesem Schaffen ist bereits durch den Willen des Schaffens etwas, zumindest der Schöpfungswille Gottes, in allem Geschaffenen vorhanden. Gott ist in die Geschöpfe alleine schon durch den Willen zu deren Existenz eingegangen. Die Natur ist, wenn an sich nicht heilig, so doch durch den Gütezustand des Schöpfungsmomentes geheiligt. Wäre die Natur heilig, müssten die Geschöpfe innerhalb der Natur prinzipiell vollendet sein. Doch zu dieser Vollendung muss jedes Geschöpf selber kommen, nicht im Sinne einer Vergöttlichung der Evolution, sondern im Bewusstsein, dass Gott sich nicht aus der Schöpfung zurückgezogen hat und sie nicht einfach sich selbst überlässt. Die Transzendenz Gottes ist nicht etwas von der Welt Abgehobenes, Außerweltliches, sondern in ihrer seinshaften ontologischen Überweltlichkeit zugleich und ineins absolute Immanenz. Immanenz bezeichnet jene seinsverleihende Fundamentierung des Selbstseins der Kreaturen, die ausschließlich Gott gewähren kann. Die Natur ist weder ein Gott oder ein Absolutum noch ein bloßer neutraler Rahmen menschlichen das Seins, sondern eine Gabe Gottes, die als solche geheiligt ist, geheiligt, da der Ausdruck heilig nur dann zu treffen würde, wenn mit ihm nicht einem allem Geschaffenen immanente Qualität gemeint ist, sondern eine Qualität, die alles Geschaffene aufgrund seiner Beziehung zu Gott hat. Im Umgang mit dieser Gabe erfährt der Mensch sein eigenes Geschaffensein und entdeckt grundlegende Orientierungen und Wertsetzungen für seinen Umgang mit der Welt. Nach Alfons Auer findet die Erfahrung der Welt ihren Ausdruck im Staunen, in der Selbstbescheidung und in der dankbaren Lohreisung Gottes. Der Mensch staunt darüber, dass es eine Welt, die es nicht geben müsste, dennoch wirklich gibt und auf ihn ausgerichtet ist. Dieses Staunen darf nicht nur in die Vergangenheit gerichtet sein, sondern muss auch die Zukunft mit einschließen können. Dies bedeutet, dass der Mensch gefordert ist, seine Zukunft so zu gestalten, dass es im guten Sinne zu staunen gibt. Der Mensch muss sich der Grenzen und Möglichkeiten bewusst werden und sich im biblisch-christlichen Sinn selbst bescheiden, die Tugend der Homilidas pflegen, im benediktinischen Sinn maßhalten und Gott für die Schöpfungsqualität loben. Wird die Schöpfung in ihrer von Gott erdachten und erschaffenen Qualität bedacht, stellt sich heraus, dass alles geschaffene Sinn und Zweck hat. Dies zieht wichtige Konsequenzen nach sich. Somit kann es weder bei Menschen oder beim Tier noch bei den Pflanzen lebensunwertes Leben geben. Selbst was dem Menschen als armselig erscheinen mag ist von Gott gedacht und somit des Lobes würdig. Was von Gott ins Dasein gerufen wurde ist prinzipiell des Lobes und nicht der Zerstörung würdig. Der Mensch darf die Natur und ihre Bereiche nicht einfach zerstören. Wo die Schöpfungsqualität und die damit verbundene transzendente Verbundenheit in Gott vergessen wird, schwindet die Ehrfurcht vor dem Geschaffenen und bewirkt unweigerlich einen ehrfurchtslosen Umgang, welcher letztlich nur in der Zerstörung enden kann. Wo Ehrfurcht fehlt, ist Lebensverachtung nicht weit. Wo Lebensverachtung ist, wird Leben nur noch als Material gesehen. Hier sei an das Unwort aus der Militärsprache Menschenmaterial erinnert. Die Materialschlacht bezieht somit den Menschen als beliebig ersetzbares Etwas mit ein. Material hat jedoch den Charakter in gewisser Form beliebig verfügbar zu sein. Was für den Menschen einfach so zur Verfügung steht, damit kann er scheinbar schaffen, was und wie es ihm beliebt. Der Mensch muss daher immer wieder aufs Neue bedenken, dass nicht er ein unbegrenztes Schöpfertum innehat, sondern vielmehr dem Schöpfergott, durchaus im christlichen Verständnis, verpflichtet ist. Verantwortung des Menschen für die Natur. Die Schlange aber war listiger als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gebildet hatte. Sie sprach zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen, da sprach die Frau zur Schlange, von den Früchten der Gartenbäume, Bäume im Garten, dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst nicht davon, ja rührt sie nicht an, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange sprach zur Frau, oh nein, auf keinen Fall werdet ihr sterben, vielmehr weiß Gott, dass euch, sobald ihr davon esst, die Augen aufgehen, und ihr wie Gott sein werdet, indem ihr Gutes und Böses erkennt. Da sah die Frau, dass der Baum gut sei zum Essen und, dass der Baum, eine Lust zum Anschauen und Begehrenswert, um weise zu werden. Sie nahmen von seiner Frucht, aß und gab auch ihren Mannen neben ihr, und auch er aß, da gingen beide Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren, sie hefteten Feigenlaub, Feigenblätter, zusammen und machten sich schürzend daraus. Genesis 3 1 bis 7 Wie oben bereits gesagt wird dem Menschen in der Heiligen Schrift jede neue Freiheit nur in Verbindung mit einer neuen Grenze gegeben, Freiheit aller Baumfrüchte, Grenze der Früchte des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse, Freiheit der Fleischspeise, Grenze des Blutes, Freiheit des Blutes als Speise, Grenze des Liebesgebotes Christi, die erste Grenze wurde aufgrund der Versuchung der Schlange übertreten. Diese Versuchungsgeschichte birgt gerade für die heutige Zeit sehr viel Tiefes, wie beim Baum der Erkenntnis von Gut und Böse handelt es sich auch bei der Schlange mitunter um eine Metapher. Die Schlange ist gerade aus der Zeit der Entstehung des Textes zu verstehen. In der Zeit der Niederschrift dieses Teils der Genesis wurde das Volk Israel wesentlich bedroht von den umliegenden Furchtbarkeitsrieten und den damit verbundenen Religionen. Die Gefahr, dass das Volk Israel von seinem Gottglauben an den geheimnisvollen Schöpfer und Bundesgott abweiche und in den religionsgeschichtlichen Kontext der Zeit eintauche war enorm. Die Schlange war Symbol der Klugheit, welche die Welt beherrscht und der Furchtbarkeit, mittels derer der Mensch in den göttlichen Strom des Lebens eintaucht und sich selbst für Augenblicke mit dessen Macht verschmolzen weiß. Diese Lebenseinstellung machte auf Israel offenbar einen enorm anziehenden Eindruck, zumal sie harmlos schien, da sie ihren Gott ja nicht leugnete, sondern lediglich die Ansichten über ihn etwas in Frage stellte. Die Schlange leugnete Gott nicht, sondern hinterfragt nur seine Anordnung. Die Schlange fordert eigentlich mittels einer scheinbaren Informationsfrage nur dazu auf, das Leben weltlicher zu sehen. Damit zieht sie den Menschen aus dem Vertrauen zu Gott heraus und wandelt es in Misstrauen. Die Schlange verdächtigt den Bund mit Gott, wodurch der Mensch auf den Weg kommt, auf dem er nicht mehr Gottes geschaffene Welt annimmt wie sie ist, sondern sich selbst seine Welt baut. Der Vorschlag der Schlange schließt nichts anderes ein, als dass der Mensch die Grenze seines Wesens nicht akzeptieren soll, dass er die Grenze von Gut und Böse, die Grenze des Sittlichen überhaupt nicht als eine Grenze betrachten, sondern sich einfach freimachen solle und könne, indem er sie weglässt. Jesus antwortet ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Welterneuerung, wenn der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch selbst auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Matthäus 19, 28 Ist also einer in Christus, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. 2 Korinther 5, 17 Das Ergebnis bietet die Schrift weder mit einer möglichen Metapher, der Mensch erkennt trotz aller Wunschvorstellung, dass er nackt ist, er erkennt, dass das Schöpfungswerk Gottes gut ist, sein eigenes Werk dem Werk Gottes aber sprichwörtlich nicht das Wasser reichen kann, ins Elend führt, den Tod bringt, eben böse ist, er hat Gut und Böse trotzdem erkannt, ja, erkennen müssen, doch es ist zu spät, der Mensch kann sich selbst nicht mehr retten, nur Gott ist noch in der Lage ihn zu retten, Gott führt daher den Menschen auf den beschwerlichen Weg des Heils, dies besagt aber noch nicht, dass der Mensch auf diesem Weg bleibt, wer aber diesen neuen Heilsweg Gottes beschreitet, wird Heil erlangen in der neuen Schöpfung Gottes, die er bereits selber ist sobald er den neuen Heilsweg korrekt geht, der Sündenfall des Menschen ist jedoch nicht nur etwas Geschichtliches, er ist etwas Alltägliches, auch in unserer Zeit, auch in der Wirtschaft ist dieser Sündenfall ein steter Begleiter, denn die Versuchung stellt sich hier wesentlich vom Gesichtspunkt des Machbaren her, von der Technik und seinen Möglichkeiten, Technik kommt von Techne, zu Deutsch Kunst und kommt seinerseits von Können, Kunst meint heute, sie dürfe alles, was sie künstlerisch kann und bezeichnet dies als künstlerische Freiheit, Grundregel ist somit das künstlerische Können und Grundfehler der Kunstfehler, das heißt das Unvermögen, somit gibt es nicht gute und schlechte Technik, sondern nur gut oder schlecht gemachte Technik, es zählt nicht mehr das Gute, das Moralische, sondern nur noch das Können, das Maß der Technik ist somit nicht mehr das Sein, nicht das Gute und Böse, sondern das Können, was man kann, das darf man, es geht darum, das technisch Mögliche, das Können auch zu wollen und zu tun, das Urteil über einen missglückten technischen Versuch ist somit nicht mehr das, dass eine Handlung schlecht war, sondern, dass der Techniker, der Künstler, es nicht gekonnt hat, es ist nur noch ein Kunstfehler, ein nicht beherrschender Technik, menschliches Versagen, Bestraft wird folglich nicht mehr eine böse Tat, sondern das mangelnde Können, die Folgen dieses Prinzips der Schlange, Satan, gilt es immer wieder neu zu erkennen, es ist ein Betrug, der die Natur mit dem Menschen zerstören will, der Mensch tut in allem, was er tut, sich selber, in ihm ist das Maß von Gut und Böse, er muss Gut und Böse nicht erst nach einer Handlung erkennen, er kann es vor einer Handlung, welches er annehmen oder verleugnen kann, verleugnet er es, betrügt er sich selber und macht sich nicht frei, sondern zum Sklaven, wisst ihr nicht, wenn ihr euch einem übergebt als Sklaven zum Gehorsam, so seid ihr Sklaven dessen, dem ihr euch hörig macht, sei es der Sünde zum Tode, sei es des Gehorsames zur Gerechtigkeit, Römer 6 16, der Schlange, er stellt sich gegen die Wahrheit, Jesus sprach zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich, Johannes 14 6, und zerstört sich und die Welt, der Mensch muss erkennen, dass er Kreatur Gottes ist, kreatürlich und Gott verpflichtet, nicht der Schlange, Natur des Menschen, dadurch wurden uns die kostbarsten und größten Verheisungen geschenkt, damit ihr durch sie teilhaft werdet göttlicher Natur, die ihr entronnen seit den verderblichen Lüsten in der Welt, 2 Petrus 1 4, wenn wir aber starben mit Christus, so glauben wir, dass wir auch leben werden mit ihm, wir wissen ja, dass Christus, auferwagt von den Toten, nicht mehr stirbt, der Tod ist nicht mehr Herr über ihm, Römer 6 8 bis 9, glaubhaft ist ja das Wort, sind wir mit ihm gestorben, werden wir mit ihm auch leben, 2 Timotheus 2 11, deshalb hat auch Jesus, um durch sein Blut das Volk zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten, denn wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern nach der künftigen suchen wir, Hebrä 3 12 und 14 Da die Natura Humana, Natur des Menschen, Natura Naturata, geschaffene Natur, und nicht selbst Natura Naturans, schaffende Natur, Schöpfergott, ist, begründet sie sich durch ihr Kreatursein und nicht auf einem Selbstgewirktsein, selbstgewirkt ist der Zustand der Sünde, der Abkehr von der Naturhaftigkeit, Gott hat den Menschen unversehrt, ohne Sünde, mit einem freien Willen ausgestattet und mit der Kraft zu lieben, zu glauben und zu wirken wie es sich gebührt, sittlich richtig und gut, und als gesellschaftliches Wesen, das umgrenzt ist, geschaffen und ihm Unsterblichkeit verliehen, die menschliche Natur besteht durch Gottes Schöpfung weiters gewissermaßen zugleich aus Geist bzw. aus einer vernunftbegabten Seele und dem Leib, der ganzheitliche Mensch besteht aus Leib und Seele, Herz und Gewissen, Geist und Willen, diese Grundwesenszüge des Menschen sind ihm auch heute noch eigen, selbst die Sündlosigkeit und Unsterblichkeit ist im neuen Menschen, Christus Jesus, an dem wir Anteil haben, kein Widerspruch, die Grundtriebe der menschlichen Natur sind daher aufgrund der oben geschilderten Merkmale zu suchen, einer Kreatur in ihrem Ursprung Unversehrtheit, Sündlosigkeit, einen freien Willen habend, die Kraft zu lieben, zu glauben und zu wirken wie es sich gebührt, sittlich richtig und gut, ihr zudem Geselligkeit und Unsterblichkeit zu geben und von dieser Kreatur nicht zu verlangen und umgrenzt zu sein, muss man wohl als absolute Liebe bezeichnen, Liebe nicht nur im Sinne des Gebers, sondern auch in dem des Empfängers, Das oberste Prinzip dieser heilen Kreatur kann nur Liebe sein, in allen verschiedenen Formen der Liebe sucht daher der Mensch die Erfüllung seines Glücks, das, worin er ein Gutes, ein Gut, einen Wert für sich erblickt, die Liebe bildet somit den Grundtrieb, das Gesetz, der menschlichen Natur, dieses Naturgesetz wirkt auf die Ausrichtung des menschlichen Verhaltens hin, auf die rechte Ordnung der Liebe, es wirkt also darauf hin, dass die subjektiven Zwecke den objektiven existenziellen Zwecken entsprechen, in dieser Verwirklichung gelangt die menschliche Natur zu ihrer Vollverwirklichung, wenn die Liebe aber Grundtrieb, Gesetz des Menschen ist, ist sie Naturgesetz und als solches für den Menschen Natur, bleibt niemand etwas schuldig, außerdem, dass ihr einander liebt, denn wer den Nächsten liebt, hat das Gesetz erfüllt. Römer 13 8 Er antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Deuter Unumium 6 5 Dies ist das größte und erste Gebot, das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Leviticus 19 18 Sirach 31 15 An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten Matthäus 22 37 bis 40 Dass Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist, zeigte auch die Aussage des Apostels Paulus, Liebe ist jedoch keine Liebe, wenn sie nicht freiwillig gegeben wird, somit hat die Liebe und der damit verbundene Grundtrieb auf das Gute hin seinen Sitz im Willen, tätige Liebe ist Tugend, Tugend äußert sich am Charakteristischsten in den Kardinaltugenden. Und wenn jemand Gerechtigkeit liebt, ihrer Bemühungen Früchte sind Tugenden, denn Maßhaltung lehrt sie und Klugheit, Gerechtigkeit und Starkmut, es gibt im Leben nichts Nützlicheres für die Menschen als diese. Weisheit 8 7 Als Angelpunkt des sittlichen Lebens, Mäßigung, Klugheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit, die Mäßigung ist jene sittliche Tugend, die im Neuen Testament Besonnenheit oder Nüchternheit genannt wird. Die Gnade Gottes leitet uns an, dass wir uns lossagen von der Gottlosigkeit und von den weltlichen Lüsten und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Titus 2 12 Und welche die G zügelt und im Gebrauch mit den natürlichen Ressourcen rechtes Maß einhalten lässt. Die Besonnenheit sichert die Herrschaft des Willens, des Sitzes der Liebe, über die G und lässt die Grenzen des Ehrbaren nicht überschreiten. Die Klugheit ist jene Tugend, die aufgrund der praktischen Vernunft bereit macht und in die Lage versetzt, unser wahres Gut zu erkennen, zu erfassen und die richtigen Mittel zu erwählen, um dieses Gut zu erreichen. Klugheit verlangt Diplomatie im ursprünglichen Sinne des Wortes, Urkundlichkeit, das heißt Ehrlichkeit und glaubwürdiges Vorgehen. Das Gewissensurteil wird unmittelbar von der Auriga Virtutum, der Lenkerin der Tugenden, der Klugheit gelenkt. Die Gerechtigkeit als sittliche Tugend ist der beständige feste Wille zu geben, was gebührt. Gerechtigkeit ist darauf hingeordnet, das Recht anderer zu achten und jene Harmonie herzustellen, die Rechtschaffenheit fördert und parteiisches Verhalten vermindert. Du sollst einem Ochsen beim Greschen keinen Maulkorb aufsetzen. 1 Korinther 9 9, 1 Timotheus 5 18, Deuter Unomium 25 4 Denn es sagt die Schrift, du sollst einem greschenden Ochsen das Maul nicht verbinden. Deuter Unomium 25 4 Und, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Matthäus 10 10, Lukas 10 7, 1 Timotheus 5 18 Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr Frieden habt in mir. In der Welt habt ihr Drangsal. Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16 33 Eine größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Johannes 15 13 Gerechtigkeit ist nicht nur eine Tugend, die sich auf Menschen bezieht, sondern auch auf die übrige Natur. Die Tapferkeit ist jene Tugend, die in Schwierigkeiten standhalten und im Erstreben des Guten durchhalten lässt. Die Tapferkeit befähigt in Versuchungen zu widerstehen und im sittlichen Leben Hindernisse zu überwinden. Sie gibt Mut, das weltliche Denken und Handeln zu besiegen und nötigenfalls das eigene Leben für eine gerechte Sache hinzugeben. Sie lässt unheilsame Angst überwinden. Glaubensbuch und Gewissenserforschung für geistliche Ritter Hörbuch Ende Teil 13